Wenn ich mir das neue iPhone holen möchte. Hey, ich wollte mal das neue iPhone 15XL ABC Alpha Smash. Oh mein Gott. Klar, haben Sie es vor sechs Jahren vorbestellt? Wie ist Ihr Name? Was? Nein, sechs Jahre. Dann muss ich Sie leider teuschen. Kann ich irgendwas machen? Ich brauche es doch für mich. Falls hier jemand auf seine Vorbestimmung verzichtet, dann könnten Sie es. Sorry, kann mir irgendjemand helfen? Ich habe nicht vorbestellt. Bitte eine kleine Spende, ich habe Hunger. Ach komm, ich habe sowieso zwei vorbestellt. Ich verzichte auf eins. Sie können es. Was? Oh mein Gott. Ach, kein Problem. Ich spende gerne an kleine, arme, afrikanische Kinder wie dich. Wow, da haben Sie aber Glück gehabt. Das ist sehr nett von Ihnen. Wollen Sie mit Karte zahlen? Ja, ja, gerne. Oh, sorry, die wurde abgelehnt. Aber habe ich mir schon gedacht? Ich auch. Kann ich es noch mal probieren? Als wir uns was ändern. Klar.